Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Donnerstag, dem 5. Mai 2022. Ihr Geek Talk Daily 1192. Heute mit den folgenden Themen Fitness Plus, Kamerarucksack, Shoot-on-iPhone, Twitter Circle, YouTube Go, One Password und Blue. Ein Blue, aber nee, lass mal das. Wir starten mit Apple Fitness Plus und zwar das Studio. Apple bietet exklusive Einblicke. Zum einen durfte das britische GQ-Magazin dabei sein, respektiv da mal rein spazieren und sich das Ganze ein bisschen anschauen. Da hat man einiges erfahren über die Leute rundherum, dass das ganze Programm Apple Fitness Plus schon lange geplant ist rund um die Apple Watch herum. Klingt vernünftig und einleuchtend, sogar schon eben vor der Pandemie-Zeit. Die Pandemie hat das natürlich verstärkt. Jetzt gehen die Leute langsam, aber sicher wieder, oder zumindest teilweise, zurück in die Fitnessstudios. Ich bin gespannt, wie sich da der Dienst weiterentwickeln wird und vor allem, was Apple da noch alles so mit reinbringen wird, dass das noch attraktiver wird. Für mich bin ich ganz stark am eruieren, ob ich dieses Apple One mit und oder ohne Fitness Plus, also das 25 Währungseinheiten oder 35 Währungseinheiten Abo abschliessen soll. Mal schauen, was da noch reinkommt. Auch gab es ein Video von der iJustine, die durfte als zweites noch mit rein und sich ein bisschen einen Einblick verschaffen. Links wie immer in den Shownotes für euch zum reinklicken und lesen. Im Podcast für euer Vertrauens oder auf daily.giktok.ch. Dann gibt es neue Bilder und zwar Lesefotos auf dem MacPrime.ch Magazin sind aufgetaucht von Apple Maps Datenerhebern. Die sind ja schon seit letztem Sommer circa in der Schweiz unterwegs, mit Autos und so weiter. Durchkreuzen sie die ganze Schweiz, machen Kartografien, messen alles aus und so weiter. Und seit kurzem sind sie ja, ich glaube seit Ostern circa, mit Kamerarucksäcken unterwegs. Ob in Basel, in Genf, wo war das noch? Zwei, drei anderen Städten. Und jetzt eben gestern oder vorgestern in Zürich unterwegs. Es sollen sogar mehrere Teams gleichzeitig unterwegs gewesen sein. Ich bin schon sehr gespannt. Normalerweise braucht Apple ja so circa eineinhalb Jahre nach dem Beginn der Datenerhebung. Das würde ja heissen, dass wir, wenn alles gut kommt, schon bald in den Genuss der neuen Möglichkeiten kommen werden. Shoot on iPhone. Apple hat ein neues Video rausgehauen. Pouch it. Da könnt ihr sehen, unter anderem Chicken, wie heisst das nochmals? Chicken Rice, genau. Ein schön gemachtes Video von einem Restaurant im asiatischen Raum. Sehr empfehlenswert, mal reinzuschauen. Werbung funktioniert leider immer wieder. Was heisst leider? Funktioniert halt einfach. Twitter testet Google Plus. Also, ja, fast. Twitter Circle. Twitter hat das Feature ausgerollt an einzelne Nutzer weltweit, die das Ganze nutzen können. Was ist das? Anstelle, dass man seine Tweets auf Privat umstellt, kann man als Nutzer, wenn man eben zu der erlauchten Kreis gehört, eine Gruppe bis maximal 150 Nutzer erstellen und dann gehen die Tweets nur an die Personen. Aktuell ist es nur möglich, ein Circle zu erstellen und als Teilnehmer in so einem Circle sieht man, oder als Aussenstehender sieht man nicht, wer in diesem Circle drin ist. Man bekommt dann halt einfach die Tweets. Wenn man das nicht mag, man kann sich nicht aus dem Kreis entzirkeln lassen. Man kann höchstens das Ganze stumm schalten. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ankommen wird. Und, äh, elitäres Twitter irgendwie. Plötzlich bekommt man nicht mehr alles mit. Eigentlich das, was Twitter immer war. Also, ja, ein Tweet für die ganze Welt. Gut, bis auf die privaten Accounts, die später dazu gekommen sind. Aber eigentlich ist ja Twitter für alle da. Ähm, ja, mal schauen, was da noch so kommen mag. Und es ist ja noch nichts, was unter dem Musk seinem Regime gekommen ist. Wahrscheinlich etwas, was ziemlich schnell wieder verblasst. Wie so oft bei Twitter solche Dinge. Ja, auch verblasst ist eine weitere App bei Google. Die YouTube-App Go. Also, die YouTube-Go-App ist, oder besser gesagt, wird per August dieses Jahres eingestellt. Das war die App, die speziell für, Entschuldigung, denn, äh, ja, Deutschland gemacht wurde. Entwicklungsländer. Länder, die nicht so Smartphone, oder besser gesagt, schnellen Internetspeed unterwegs haben und oder schwache Smartphones haben. Das sei nicht mehr nötig, sagt Google. Denn die YouTube-Seite sei mittlerweile so gut optimiert, dass man es auch mit schwachbrüstigeren Geräten und oder Anbindungen ansurfen kann. Na dann, wieder was für den Friedhof. Weiter geht's mit One Password. Nachdem, dass die 8er-Version schon ein Weilchen lang für Windows draussen ist und für Mac schon länger in der Beta draussen ist, ist das Ganze jetzt anscheinend für alle ausgerollt worden. Mein Reiner hat das Update noch nicht bekommen. Ich freue mich dann schon, wenn es kommt, denn mir gefällt das Ganze sehr schlicht, sehr übersichtlich, sehr neu, sehr modern und, ja, ist halt mein Passwortmanager der Wahl, wie ihr ja wisst, oder wahrscheinlich wisst. Somit freue ich mich auf das Update. Zu guter Letzt noch ein kleines Update von der Swisscom. Die haben ja vor zwei Tagen ein neues Abo lanciert, Swisscom Blue. Es geht auch da bei den Abos alles in Richtung Blue, wie ja generell alles Blue wird bei der Swisscom. Es gibt, um es einfach und kurz zu halten, für den gleichen Preis mehr Speed und mehr Speicherplatz. Das heisst, die grösseren Abos, also die M-Abos, was ich zum Beispiel habe, surfen nicht nur mehr mit 200 Mbit, sondern mit einem Giga durch die Welt 5G logischerweise. Und das Ganze geht ohne Aufpreis. Auch bekommt man, wenn man es dann nutzt, Swisscom Blue TV oder Blue TV, da mehr Speicherplatz für Aufnahmen in der Cloud. Da bin ich weniger der Kunde. Ein bisschen unglücklich war die Situation. Ja, Swisscom, am Morgen haben sie die Pressekonferenz abgehalten, alles gesagt. Das Ganze kommt per, ich glaube, das war Ende diesem Monat, 23. Mai, genau, für alle Bestandeskunden, neuen Kunden wird es aufgeschaltet. Und am gleichen Abend ist das komplette Netz ausgegangen. Eine halbe Stunde kein Internet. War auch mal schön, ruhig. Und meine Frau ging sehr zeitig ins Bett. Ja, kann passieren. Ich auch, logischerweise. In diesem Sinne. Also, ja, ich habe dann auf dem Backup-SIM-Karten, die zurückgesetzt, die nicht aus dem Haus Swisscom ist. Aber lassen wir das Thema. Vielleicht gibt es da im Geek Talk ein bisschen mehr zu hören. Im News-Format. In diesem Sinne, euch einen schönen Start in den Tag. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Also, ihr mich wiederhört. Und ja, euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk.